Hallo und willkommen zu Folge 2 von Dethroned. So heißt es doch, oder? Ja, Dethroned heißt es. Ja, ich habe gerade eben die erste Folge aufgenommen, also es ist direkt nächste Folge danach. Erste Folge war eine halbe Stunde, jetzt wieder. Ich will jetzt noch nicht ein Rank-Game machen, weil ich wahrscheinlich voll verkacken werde, deswegen mache ich weiterhin Practice. Ich habe aber keinen Plan, wie mein Level ab wird. Ach, da oben kann ich so Game-Modes einstellen. 4 vor 5, äh, was lau ich? 2 vor 2, 3 vor 3 oder 4 vor 4. Ähm, ich adde mal, ich mache einfach mal 4 vor 4, das ist dort wahrscheinlich länger. Ähm, mach mal alles easy, komm. Add in AI, easy, random, done. 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 Ähm, ja, dann, äh, drücke ich mal auf, aber nicht random. Ich will mal eine andere. Was war denn das, was ich die ganze Zeit hatte? Ähm, Whip. Single-Lane-Map. Machen wir mal das. Ich habe keinen Plan, was das ist. 20 Players online. Oh mein Gott, es spielen ja immer mehr Leute. Loading. Oh mein Gott, oh mein Gott, was ist denn das? Hä? Okay, ich laufe dir mal hinterher. Die Map scheint ziemlich groß zu sein. Ich bleib mal hier bei dem Ding stehen, dass ich da was sehe. Ähm, ja, und wo ist denn jetzt? Machen wir einfach mal das. Hier ist Geld. Die greifen jetzt so an, oder was? Äh, okay. Ja, dann mache ich mal den Rest. Die dürfen angreifen, ich mache den Rest. Dann upgrade ich den Scheiß mal hier. Stell mir hier ne... Ich wollte mir den Neganisern dahin stellen. Weil, dass ich da immer, äh, Einheiten stehen habe, die das Ding schützen. Ja, die machen das schon da oben. Wieso sind die Level 3? Achso, wir sind gerade am verkacken. Willst du mich verarschen? Ja, irgendwie, er muss doch was machen. Es kann doch sein, dass man einfach nur vorrennt, oder? Welches ist das mein Team? Links oder rechts? Links. Ja, ich mache ja schon. Ja, okay, dann, ja, wenn es das Spiel ist, einfach nur vorrennen und nichts anderes machen, dann, äh, machen wir das auch, ne? Dann rennen wir auch einfach mal vor und, äh, sagen, Enrage und Schaatsch. Hallo? Ja, klar, ich kann hier noch anfangen. Sagt für Enrage. Ja, wie der bleibt doch da hängen? Was soll der Scheiß? Komm her. Keine fahren. Ja, ich bin eh tot. Hallo. Enrage. Es macht doch Enrage auch kein Mana. Weck mich. Aber ich habe ihn gerade so gefehlt, glaube ich, jetzt. Ich stehe vorm. Danke. Level up. Mach mal Enrage hoch. Dann nehmen wir mal diese, äh, diesen Drang. Und heilen wir uns hoch. Dann sammeln wir mal die Scheiße hier ein. Derweil können wir hier nichts machen. Wie ist das Curling? Nee, ach egal. Äh, wo ist ein Befiech? Ach, der. Enrage. Nee, mach mal Schwertings, komm. Komm, ich will den letzten Schlag haben. War das? Naja. Wo ist der andere Penner? Ja, das waren doch mal vier. Wieso sind das denn jetzt drei? Oder sind irgendwann welche ganz tot? Oder wie ist das? Nein. Komm, weg hier. Die Wachtür da tut ich noch. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich muss Heilung, warte. Wo ist Heilung? Da ist Heilung. Äh, Level up wieder. Nehmen wir mal das hier. Mach mal schnell Heilung. Hier ist Mana. Sammeln wir auch mal ein. Wenn wir schon unterwegs sind, oh mein Gott. Da ist Level 4er. Versuchen wir mal aufzunehmen. Ich bin ran voll mit dem Leben. Naja, bin ich nett. Mit der Mana bin ich voll die Steppen. Da ist nochmal Heilung. Warte, wenn hier die Gegner jetzt da oben stehen, das heißt sie kommen vielleicht gleich, dann mach ich mir hier schnell mal was hin. Weil die warten, schätze ich mal. Und da oben stehen die Penner eh nur rum und machen nichts. Was soll der Scheiß? Jetzt bin ich wegen denen am Verlieren oder was? Okay. Mal gucken, was das hier zu tun ist. Die heilen sich hoch. Ich sehe die ganzen Zahlen hier. Was machen die? Okay, dann greife ich mal von hinten an. Ich bin mal ein böser Schurker. Ich komme gerne von hinten. Der will die hoch sind neben dem Level. Komm, ich werde mal von außen weg. Wir haben 340 und wir haben 380. Anstörung, komm, komm und weg. Meins. Ich verstehe überhaupt nicht das Spielprinzip. Wie bekommst man solche Punkte? Ja, dann mach mal. Sag rein, fahren wir dran. Forder, sag, bleibs hinten stehen und machs fix. Sobald ich hier oben bin, sterben die Gegner. Oder auch nicht gleich. Nee, hau ab. Schaffst du nicht alleine. Verschwind, verschwind. Genau, komm mit zum Dings hier. Mit zum Turm. Nee, das wird ja nett. Pussy. Alter, wie viel Geld haben wir? Woher? Ja, der Throne wird gerade geupgradet. Das ist doch kein Problem. Dann nehmen wir mal die Türme hier. Dann upgraden wir mal alles, was so geht. Weil wir haben gerade so viel Geld. Ich weiß nicht warum, aber... Ähm, Baracken kommen so Wellen, die die Gegner angreifen, schätze ich. Also steht er so da. Ich würde das gerne nicht erstmal hochheilen. Jetzt sind wir gerade am Aufholen. Das gefällt mir. Ich weiß nicht warum, aber wir sind am Aufholen. Dann hauen wir hier nochmal. Achso, ich muss mehr... Ich kann nur mehr davon bauen, wenn der Throne oben ist. Okay, alles klar. Alter, die sind Level 6. Komm, scheiß Thron, Mann. Oh, da ist wieder was. Was ist das? Nein, das haben nicht ein, du scheiß Bär. Danke. Und da hinten ist Leben. Meins. Da ist noch mein Leben. Komm, Leben sammle ein. Mann weg. Komm, genau. Meiner. Dann greifen wir das Viech an hier. Enrage. Komm, Baule und Scheiß-Manna auf. Komm, 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 komm. Danke. Komm, anstürmen. Zack. Mein Duckfriend kommt, der ist jetzt. Super hier. Jetzt machen wir mein Charge mal voll. Und Enrage. Komm, hau weg. Ich weiß nicht, ob wir am Gewinn sind oder am Verlieren. Ich habe keinen Plan, ey. Aber ich steppe am Gewinn. Und anstürmen. Heilung. Ist unser Thron oben. Ja, unser Thron ist oben. Gut. 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 Anyway, ich komme, hau ihn weg jetzt. Er ist mein Level über dir. Aber nach dem hau ich weg. Hau ich ab, meine ich. Weg hier. Hau ab. Los. Schnell die Heilung. Danke. Damage ab. Achso, das ist Damage und kein Heilung. Ich bin ja bescheuert. Ich glaube, Heilung ist hier, wenn du uns zu nahe hingehst an das Ding. Ich könnte den jetzt nochmal upgraden. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ähm. Ja, guck mal, da ist alles scheiße auf der Hund ruf. Upgrade. 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 Ich kann das neue bauen, um wenn ich genug Gold hätte. Ich sammle die Scheiße mal da unten ein. Heilung. So, dann rennen wir wieder vor. Wave incoming. Was ist das eigentlich immer? Okay, ich habe keinen Platz, die Tränke machen. Aber steht eigentlich immer da, oder nicht? Nee. Nee, ich kräfte da nicht alleine an. Ich bin ja nicht dumm. Verschwind. Verschwind. Der ist Level 6. Komm, hilf mir. Komm, voll auf den Dorf. Zu zweit, komm. Ich bleib lieber an der Wand hängen. Wo war der? Hallo? Wir holen uns einfach mal das Ding. Bleib stehen. Bleib stehen, da ist er. Duck, friend. Okay, wir machen einfach mal Heilung. Da ist Mana. Sammle mal ein Stück's ein. Können wir wieder Attacken machen. Enrage. Charge. Und hau ihn weg. Kann es sein, dass die Gegner keine Attacken einsetzen, dass ich so einflutze. Und ich bekomme kein Level Up mehr. Okay. Acht. Sieben. Ähm. Kann man nochmal upgraden? Okay. Ähm. Ich baile lieber neue Baracken. Schicke die mal ein Stück zurück hier. Dann machen wir hier mal, ähm. Oh, wir können jetzt vier Ex-Men. so schicken wir die mal los oh jetzt sind ja wieder die ah fuck da stehen die panels also alle vor allem das ist level 7 oh what the fuck wo sind die anderen eigentlich ja genau heilung und dachshandt machen wir mal rein zum dachshandt mach ich gleich weiter hoch unsere heilung wäre nicht schlecht wenn ich hoch machen würde machen wir mal erstmal heilung Enrage Was ich vorher machen werde, ist mal kurz Ich weiß nicht ob man mich hört überhaupt Mir geht das wieder zu Enrage Wollt ihr wirklich da? Egal Anstürmen und los Blackfriend, hau rein! Wie gesagt, wenn ihr das Spiel auch mal haben wollt, ausprobieren wollt, einfach auf Steam Unter Kostenlose Spiele Und dann einfach Dethroned Und dann könnt ihr sie runterladen 5 Minuten hat's bei mir gedauert Also nicht viel, nicht lang Ja Also macht's auch mal, testet's mal aus So, ich upgrade mal die ganzen Minen hier Was ist denn das? Kann ich die auch upgraden? Ja, ich hab wieder Geld bekommen, ey, ist so geil Upgrade, 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 upgrade Alles upgrade, kein Gold Enrage Und, komm, ich will den Charge, komm, 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 komm Charge! Durch und durch, was soll der Scheiß Aber Last Hit ist gut Ihr könnt mir natürlich auch gerne Spiele, ähm Sagen, wo ich spielen soll Also, ich teste die natürlich an Einfach in die Comiche schreiben und ich lesse sie dann schon Ich hab gedacht, die wird so riesig groß und frisst alles auf deinem Schlag Ja genau, mach einfach nix und guck einfach nur dumm rum Scheiß Viech, ey Ich brauch Mana und Leben Ich glaub ich renne erst mal zu dem Mana-Ding Und dann renne ich wieder an Ach, da ist Heilung Das ist sehr gut, so Wir haben wieder ein bisschen Geld Dann, ähm, werde ich das wieder upgraden Das upgraden Weil alles andere ist ja schon oben, wie ich sehe Weil hier ist, nee, da ist noch nix Einmal upgrade Ich bin jetzt auch Level 7 Sieht mir irgendwie Was die Level von unseren haben 4, 6 Oh, da Der 7er, ich glaub der, der Golem hier Der ist immer noch Der am meisten Level ist vom Gegner Ja, der ignoriert mich total Duck Friend, helf mir! Und duf auf den Biber Das ist Justin Bieber Das ist Justin Bieber Hehehehe Charge! Greif doch an! Hallo! Ja, mach einfach nix und bleib stehen und guck dumm rum, blöd Mann! Das war der Scheiß, hallo! Greif an! Danke! Ich sammle das mal ein hier So! 5, 4, 3 Alter, 1000 Gold! Was soll denn das jetzt? Wo kommt denn das her? Renn mal da wieder an die Base Da kannst du dich heilen Upgrade Ähm Da ist wieder Heilung Upgraden wir hier nochmal Und du? Ja Ähm Ja Was soll ich denn da so holen? Machen wir mal den hier einmal Und zweimal, komm Der muss gelb Waves in coming Ja Ach hier, okay Wie kann man sich wirklich hochheilen? Das ist gut Dann kann man hier mal wieder mal an Ja, hier dauert das Spiel wirklich mal irgendwie halbe Stunde oder so Jetzt übernehmen wir hier mal wieder die Fackel Weil da fackeln wir nicht lange rum und übernehmen sie Hier hätten wir wieder Hier könnten wir wieder nochmal eine Garnison bauen Oder hier auch Hier haben wir ja zwei Plätze Ja, genau Meiner steht wieder da und macht nichts Blödmann Charge! Suck friend Komm gleich an Mein Entenfreund Hau Level Up Was machen wir mal? Mach mal Charge, komm Das ist eigentlich das Maximallevel 4, 8, 12 Äh Keine Ahnung Stunt, Last Hit Danke Nee, wenn ich jetzt Level 8 bin Das ist 9, 10, 11, 12, 13 13 ist das höchste Level Na, ich weiß ja nicht was passiert wenn man jetzt 13 erreicht Ob das dann nochmal Upgrades gibt für die Attacken Ich hab keine Ahnung Ja, geh doch außen rum und greifen an Oh mein Gott, ich hab das gewonnen Oh mein Gott Ich hab das gewonnen Oh mein Gott So Jetzt müssen wir uns alle angreifen Äh Dann machen wir hier mal wieder 2 Ah Die Gegner kommen immer wieder oder was? Oder wie läuft das? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Wir haben gleich gewonnen Ey, lass mich Heilung Okay Dann rennen wir mal zu den anderen Helden Weil äh Ja, nicht zu den Gegnerischen Aber okay Und man töten wir sie halt vorher Charge mal so rein, dass der gesandt ist Das ist Duck Friend Komm, helf mir ein Victory Mama Inspect Battlefield Okay Also, wir haben uns gut zu schlagen Am Anfang haben die geführt Aber wir gewonnen Ja Ich hatte hier ziemlich viel Einheiten Wir hatten ziemlich viele Einheiten Weil ähm Die haben ja nur mal da umgekämpft Die blödes Ich muss ja den ganzen anderen Scheiß machen Äh Ja 8 Kills hatte ich Ne, Quatsch 24 Kills Level 8 Null Death Lol, wirklich? Damage äh 11.000 Äh Captures 7 Gold Habe ich am wenigsten Warum? Ja okay Die haben da oben da rumgepimmelt Und ich habe den Rest gemacht Ähm Die waren irgendwie alle gleich gut 4 9 4 9 4 9 2 4 2 4 2 4 2 4 Mhhh Komm, 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 schaffe ich Nein Ich will doch nur den scheiß Sniper haben Ich habe gedacht das ist so ein Shooter oder so Was passiert Das ist so komisches, komisches andere Spiel 24 Spieler online Ähm Ich werde das nochmal eins spielen Ähm Practice und zwar im 2v2 aber nur Ne, oder? 1v1 Mach mal 1v1 Und die Andere Map Kick Kick Äh, Start, nicht Kick Was glaube ich? Was glaube ich, du? Hm Cool in der Wüste Ähm Upgraden wir erstmal den Tower Und Upgraden wir mal den Scheiß Jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Geld Weil dann tue ich mir da eine Dings hinstellen Also langsam verstehe ich das Spiel Langsam macht es auch irgendwie Spaß Hahaha Das ist wie ich mir eigentlich überhaupt nicht gedacht habe Dass es mir überhaupt mal Spaß macht So übernehmen das Feuer Das Feuer Feuer, Feuer Wieso hat der schon wieder so viel? Und ich so wenig Egal Eingenommen Jetzt hol ich mir das Geld da unten Sechs Fünf Vier Drei Next Wave Meins So, wo ist ne andere Penis jetzt? Ich kann mal in die Mitte Weil in der Mitte Habe ich wahrscheinlich die ganze Sicht vom ganzen Feld Weil ich schätze mal der Ist auch in der Mitte Wie gesagt Ja, ne Da geh ich jetzt nicht hinterher Der soll schön zu mir kommen Okay, dann abgabe ich den Scheiß auch mal hier Ich sag mal das Ding hier ein Ich hoffe der kommt das nicht von unten angegriffen oder so Oh, mein Turm ist schon oben Äh, mein Hauptgebäude Ich glaube Was ist denn das? Ach, das war ja das Geld Dings Ich glaube das Geld upgrade ich nochmal Weil, ähm Bekommst du wahrscheinlich noch mehr Ja, wo ist denn der Penner? Was ist denn das für ein Schisser? Komm her! Das ist mein Hauptgebäude will ich jetzt nicht, also Ich glaube ich hol mir mal den Turm hier Weil ich glaube dann kommt er zu mir Weil ich wieder ein bisschen Alter! Charge! Danke Friend, helf mir! Und gleich mal Heilung Tötting, komm Das schaffst du, danke Dann machen wir hier erstmal Äh, mein Mein Charge nach oben Und der kommt wahrscheinlich hier wieder zu mir Deswegen glaube ich jetzt hier stehen Kann man sich da Ist es wie bei Ne ist es nicht Ja Ich glaube ich brauche Heilung Danke Ok, dann hocke ich mich mal wieder an mein Gebäude hier Kein Upgrade ist vorhanden. Alter, du bist so ein doofer Bär, ey. Was soll der Scheiß? Bleib einfach am Dings hängen. Heilung. Jetzt ist alles daneben gegangen. Duckfriend, helf mir. Ja, ohne meinen Entenfreund würde ich das ganze Spiel überhaupt nicht schaffen oder so. Okay, dann heimen wir uns mal wieder hoch. Ne, heimen wir uns nicht. Wir können uns da so hoch heimen. Machen wir jetzt mal eine Charge voll, oder? Ich weiß auch nicht, was die beste Kombination ist, was man zuerst skillen sollte. Ich brauche Geld. Machen wir jetzt mal so Heilung. Verstecken wir uns mal hier im Busch. Achso, er sieht mich nicht im Busch, oder was? Ich bin nämlich der Buschmann. Charge! Mein Entenfreund ist noch da. Last Hit habe ich bekommen. Von ich schaff das alleine geht es ganz ohne, ähm, Dings. Ohne Gebäude eigentlich. Ich upgrade das Geldgebäude und baue halt irgendwie währendbei ein bisschen da unten rum. Und, äh, mit meinem Held töte ich die Gegner. Und dann hast du eigentlich so gut sie gewonnen schon. Das ist doch irgendwie komisch. Tötet ihn, mein Freund. Und Charge, komm. Charge! Gaaahhh! Uh, ins Busch rein. Uh, ins Busch rein, ne? Ich bin ein Busch-Roch. Heilung. Das bedeutet... Da steht... Ach so, wenn die Dinger ablaufen, bekomme ich zwei Ho... Ah, das heißt, ich sollte vielleicht da drüben angreifen, weil da drüben ist, ähm, die gegnerische Mine. Weil wenn ich die jetzt ab und zu mal einnehme, oder halt dauerhaft in Einnahme habe, bekomme ich mehr Geld als er. Vielleicht liegt es daran, dass man so wenig... Was ist denn das? Kann man da rein? Ich will da reingehen. Geht nicht. Ach, da ist ja ein Turm. Ich nehme einfach mal die Mine ein. Mal gucken, was er dann sagt. Was habe ich so eingenommen? Upgrade ich die nicht? Nein. Ich upgrade mal Dette. Bis wir da dann wieder Einheiten kommen. Komm mal her. Enrage! Swagcharge! Schauen direkt, danke. Machen wir gleich mal Heilung, weil ich halbe mich jetzt direkt mal fix hoch, dass es schneller geht. Ich glaube, ich... Soll ich während beides Dinge mal angreifen? Ich glaube, ich mache das. Dass es allerdings was zu tun hat. Ähm... Next Wave. Jetzt geht das Geld schon schneller. Wahrscheinlich, weil das hier mir gehört. Ich glaube, das upgrade ich einfach mal. Das ist das auch meins. Das haben wir mal ein paar... Hunter auf dem Weg. Dass der ein bisschen schwerer hat. Komm, greif an. Enrage! Sch... Schaap! Nein, nicht! Der ist den! Oh mein Gott, das kann knapp werden. Heilung, komm. Halt dich, danke. Letzter Hit meins. Halt mal. Okay, die helfen mir jetzt. Und den hole ich mir erst mal zurück. Self-Heilung. Danke. So, meine stelle ich mich mal hin. Die Minen upgrade ich gleich mal zu 2. Ne, ich hole mir jetzt erst mal das Feuer hier. Warum hol das Feuer? Danke. Und der gehört auch aus bei mir. Sch, Enrage, komm. Oh mein Gott, das sind 2 auf mich. Okay, wenn ich meinen Charge habe, sind gleich beide gestunt. Das ist gut. Komm. Charge! Komm, Heilung. Oh, eine Heilung hätte ich noch nicht geschafft, ey. Komm, danke. Zurück zur Mine, komm. So, ich habe jetzt wieder 100 irgendwas. Ey, das geht so langsam hoch. Das ist doch scheiße. Machen wir hier nochmal einen X-Man. Weil ich habe 100. Und ja, weil ich es habe, mache ich es einfach. So, jetzt ist das auch oben. Ich glaube, das lasse ich jetzt erst mal auf 2, falls der es mal wirklich mal übernimmt wieder. Dass der nicht die ganze Kohle bekommt. Dann upgrade ich jetzt meine da unten. Was macht denn der? Wo ist denn der? Wieso kommt der nicht mehr? Ah, da kommt er. Enrage. Hallo? Ja, genau. Bucking-Rumbo-Penner. Bucking! Anstören. Ja, was war der Scheiß? Was ist das für ein Lack gewesen? Bei mir hat es gelackt! Und dann war alles tot. Guck, das habe ich gemeint. Das ist dem seins. Von genau dann, wo das Geld kommt, ist es seins. Ey, das ist doch ein Verarsche. Komm raus. Ist das der Level 2? Ja, ist er. Komm, gleich ran. Leck mich, ey. Ich hole mir die Mine jetzt wieder. Komm her. Bleib einfach da hängen, natürlich. Komm zurück. Ey, wäre ich rechtzeitig angekommen, wäre es Geld meins gewesen. Nein, der bleibt an der Wand hängen. Zwei, eins, meins. Okay, ich verstehe jetzt das Sinn des Spiels. Es hat eine Ähnlichkeit von League of Legends. Und eine Mischung aus, ähm, wie heißt es? Die Siedler oder so. Weil wegen Gebäude bauen, wenn man da hier Ressourcen bekommt, wenn man die Gegner klatscht und Minen und bla und blub. Heilung. So. Ähm, hier können wir nichts machen. Wieso bekomme ich so wenig Geld? Ja, gib mir Geld das Geld hier, bitte. Danke. Da auch. Danke. Muss ich das Gebäude mal anklicken, darf ich das Geld bekommen, oder was? Okay, für den nächsten Upgrade bräuchte ich das E-Hauptgebäude. Upgrade kostet 400, das ich sogar hätte. Ich mach's, glaube ich. Komm her, greifen Bieber an. Ich greife Justin Bieber an, komm. Und... Charge! Suck, friend, hilf mir! Und Rage. Oh mein Gott, ich habe wieder mit... Läh, wieder am fast am Gewinn. Okay, hauen wir mal einen Schamanen raus und einen X-Man. Nochmal dazu, für die nächste Wave. Wave, das ist Heilung. Mines. Okay, da kommt der blöde Penner wieder. Ah, der will zu mir. Und dann greife ich da. Enrage. Und los! Oh, mein Schad, komm, komm, komm. Schad! Ah, der lag kriegt mich überhaupt gar nicht mehr down, ey. Der kriegt mich vielleicht auf zwei von diesen Punkten da weg. Okay, mein Hauptgebäude ist oben. Das heißt, ich mach jetzt die zwei Minen hier. Oder mach mal alle drei Minen, komm. Viel Geld. Viel Geld, viel Geld. Nochmal hier mal eine... Oh, ein Watchtower. Okay, die habe ich vorhin noch nicht gebaut. Möchte ich gerne mal sehen. What's you gonna do? Oh mein Gott, ich habe vorher gewonnen, bevor das passiert. Das geht doch nicht. Oh. Ich höre schon wieder, Alter. Enrage. Und los, los, los. Man, man, man. Und... Ich bin nicht mehr dazu gekommen. Oh, ich bin gekommen. Ich habe gewonnen. Ich würde gerne den Tower noch sehen. Nein! Komm zurück. Ach, Mann. Ich wollte den Tower aber noch sehen. Victory! Inspect the battlefield. Ah, okay, hier ist der Tower. Was ist denn das? Da hämmert noch mehr rum. Der ist gar nicht fertig. Toll. Okay, wieder gewonnen. Okay, alles klar. Gut, dann haben wir unsere nächste Folge auch. Bandit Kills 5, äh, 14, Level 5, Death 1. Damage 6182. Oh, okay, ich verstehe langsam. Das Spiel, mein Gold ist ähnlich wie Gegner. Vor allem der ist easy. Ich weiß nicht, ich will nicht wissen, wie der auf hart ist. Capture ist 5. Warum? Egal. Oh, ich bin Level 3. Ich bin jetzt Level 3. Wieso konnte ich den Sniper vorhin noch nicht verwenden? Verstehe ich nicht. Diamonds wieder 0. Okay, Heroes. Hä? Unlock Level 2. Unlock now. Quit Start Steam. Achso, den Alchemisten habe ich jetzt. Ach, das sind so die, wo ich bezahlen muss, oder was? Click here to buy. Ja, natürlich. Ich würde gerne mal gucken, wie viel der kostet. Aber das mache ich jetzt nicht jetzt. Das mache ich gleich. Also nicht in der Aufnahme. Okay, wenn ihr mehr davon sehen wollt, sagt Bescheid. Vielleicht werde ich noch ein, zwei Folgen rausklatschen in extra Zeit. Ich habe keine Ahnung. Ja, dann, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn es Spaß gemacht hat, schreibt es in die Kommentare. Wenn, keine Ahnung. Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Let's Fail mit Erd und Erd. Und Erd E. Tschüss. Tschüss.